In wenigen Wochen beginnt der Advent und bald Feiermasche wieder Weihnachten. Wir, die Maschinenring-Organisation, wollen gemeinsam mit Ö3, Licht ins Dunkel und der Caritas, heuer bedürftigen Familien und der Umwelt helfen. Wie wir das machen? Wir sind heuer dabei bei der Ö3 Wundertüte. Du kannst uns dabei unterstützen. In unseren Geschäftsstellen in Ernstbrunn und Mistelbach steht jeweils diese Wundertütenbox. Such daheim deine alten Handys, nimm sie mit und wirf sie in unsere Box ein. Wir würden uns sehr freuen.